Herzlich Willkommen bei Sleven Stream Sport. Wir sind heute auf Sendung mit einer Tierlist und keinem Let's Play und ja auch mit einer bisschen alten Tierlist, denn das ist die Cycling Saison 2022. Wir schauen uns die Trikots an der World Tour Teams und wenn ich das richtig sehe, hier sehen wir UNOX zum Beispiel noch, ist auch das ein oder andere Team dabei mit einem Trikot hier vorhanden, das nicht in der World Tour aktiv ist. Wir ranken sie von geiles Trikot über würde ich auch tragen bis gefällt mir nicht so und bis zu grauenhaft und schauen uns einfach mal an, welches Trikot am Ende gewinnt. Wir fangen an mit Arche Döser La Mondiale. Ja, Traditionsteam in weiß gehalten, diese schräge Schrift, oh, gefällt mir nicht. Vielleicht rutscht das irgendwann sogar in grauenhaft, aber schön ist das Trikot nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Arche Döser hatte früher richtig schöne Trikots, finde ich. Mittlerweile mit diesen schrägen Schriften hier, das finde ich ziemlich amateurhaft sieht das aus. Alpecin, Phoenix, also ich bewerte jetzt die Trikots, wie sie hier abgebildet sind. Es gibt ja teilweise Sondertrikots, vor allem bei EF werden wir da noch dazu kommen. Auch Bora hatte Sondertrikots. Ich bewerte das Trikot, so wie es hier abgebildet ist und gehe damit auch natürlich auf das Jahr 2022 ein und eben nicht auf 2023, denn die Teams haben teilweise in dieser Saison ja tatsächlich ein bisschen andere Trikots. Alpecin, Phoenix finde ich okay, gefällt mir aber auch nicht so. Ja, ich muss mit denen runtergehen, das merke ich jetzt schon. Okay, dann haben wir Astana. Die Mannschaft mag ich nicht, aber das Trikot ist schon ganz geil. Also das würde ich auch tragen. Also ich würde es nicht tragen, weil es Astana ist, aber vom Optischen her würde ich es tragen. Das ist B&B Hotels. Ein bisschen langweilig, das gefällt mir nicht so, aber ist nicht ganz so schlimm. Bahrain Victorious, geiles Trikot. Haben sie gut gemacht, muss ich sagen, gefällt mir. Das ist ganz fürchterlich, das ist Badiani CSF. Katastrophal. Super viel Werbung, super viele Schriftzüge. Farbe ist okay, aber insgesamt das Erscheinungsbild gefällt mir gar nicht. Dann haben wir das hier, das ist Bingoal. Auch ein Team, das nicht zur World Tour gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Teams, die nicht zur World Tour gehören, haben meistens katastrophale Trikots. Finde ich ein bisschen erschreckend. Bora mit den Grüntönen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Rot so geil finde. Das würde ich ehrlich gesagt rauslassen. Das haben sie mittlerweile drin. Deswegen schwenkt es bei mir zwischen diesen beiden. Aber ich sage jetzt mal, das würde ich auch tragen, weil allgemein das Design mit dem Schriftzug, finde ich, ist schon okay. Dann haben wir das Team. Das ist, glaube ich, das Team Burgos Beatsche. Sehr, sehr klein die Bilder, aber das müsste Burgos Beatsche sein. Gefällt mir. Schöne Farbe. Nicht so aufdringlich. Für ein Team, das nicht zur World Tour gehört, ein richtig, richtig nice Trikot. Carachochal gefällt mir nicht so. Bisschen langweilig, muss ich sagen. Obwohl das fast in die obere Kategorie kommt, aber dafür reicht es noch nicht ganz. Cofilis, muss ich sagen, fand ich immer ganz schön. Allerdings gefällt es mir besser, wenn sie komplett rot sind. Weiß-Rot ist halt keine schöne Farbkombi. Deswegen gehen wir auf Gefällt mir nicht so. Das ist Drone Harper. Auch ein Team, das nicht zur World Tour zählt. Schwarz-Rot ist eine bessere Kombi, aber wieder unfassbar viele Sponsoren. Ja, ich finde es eigentlich sogar grauenhaft. EF. Leute, haltet euch fest. Natürlich on the top. Auffälliges Trikot. Geiler Schriftzug, passt perfekt. Sympathisches Team, kommt alles mit dazu. Muss ich sagen, ist einfach eine gute Gesamterscheinung. Eolo Cometa sieht auch gut aus. Würde ich auch tragen. Vom Design her gefällt mir sehr, sehr gut. Auch das ist in Ordnung, aber wir haben so viel Grün. Und da muss ich sagen, ist Bora halt schon nochmal am besten von den Grünen. Deswegen kommt das für mich auf, gefällt mir nicht so. Euskartell oder Euskartell, wie man glaube ich sagt, auf Baskisch. Finde ich schön. Sieht hier allerdings ein bisschen besser aus als in der Realität. Doch, ich würde es auch tragen. Doch, ich würde es tragen. Da haben wir Gasprom. Da gehen wir jetzt mal nicht auf den Sponsor ein, sondern nur aufs Trikot. Langweilig. Einfach langweilig. Gruppama FTG. Die französischen Flaggen. Traditionell. Schriftzug gut lesbar. Ich würde es tragen. Ich finde es ganz in Ordnung. Dann haben wir das Team. Da muss ich jetzt mal genauer hinschauen. Das ist glaube ich Human Power Health. Gefällt mir. Aber, nee, gefällt mir doch nicht. Der Verlauf ist wirklich nicht gut. Aber das sieht ihn echt besser aus. Ineos mag ich nicht so wahnsinnig gern, aber es ist ein gutes Trikot. Es ist ein gutes Trikot. Ja, und dann kommen wir natürlich zum hässlichsten Trikot der World Tour und das seit Jahrzehnten gefühlt. Das ist Wenti, Intermarché, Wenti, Gobert. Also, was sich die bei dem Trikot denken. Also, es ist eine absolute Katastrophe. Macht doch einfach mal ein Jahr wenigstens ein schönes Trikot. Ich verstehe es nicht. Katastrophe. Geiles Team. Katastrophales Trikot. Israel Startup Nation bzw. Israel Premier Tag, wie sie heißen. Finde ich schön. Würde ich tragen. Schönes Trikot. Lothar Sudal. Ja, ist halt wieder rot-weiß. Aber der Schriftzug passt halt gut dazu. Trotzdem reicht es für mich nur für die vorletzte Tier. Movie Star. Leute, ich sage es euch ganz ehrlich. Geiles Trikot. Movie Star. Seit Jahrzehnten ein geiles Trikot. Gibt es für mich nichts zu sagen. Variieren immer ein bisschen mit den Blautönen. Aber das ist einfach ein geiles Trikot. Kann mir niemand was sagen. Logo passt perfekt. Geiles Design. Stört nicht. Vergleicht mal diese beiden Trikots mit dem hier. Das ist einfach, das sind Welten. Absolute Welten. Dann haben wir Quickstep Blau-Weiß. Sieht in echt eigentlich ganz geil aus. Mag aber auch daran liegen, dass die einfach geile Fahrer haben. Für mich kommt es trotzdem rein. Ihn würde ich auch tragen. Dann geht es weiter mit dem nächsten Team. Das ist auf jeden Fall kein World Tour Team. Das müsste sein Ballois. Sport Flandern oder wie heißen. Die kommen rein unter grauenhaft. Ganz furchtbares Trikot. Arkea, der Farbverlauf. Versaut es euch. Ansonsten wäre es ein schönes Trikot. Lasst es rot oder macht unten noch irgendwie so eine Abtrennung rein. Aber diese Verlaufdinger sind einfach eine Katastrophe. Dann haben wir Bike Exchange. Da haben wir auch wieder so einen komischen Verlauf drin. Gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht so gut. DSM ist eigentlich ganz schön mittlerweile. War früher deutlich schlimmer. Aber das Logo, das versaut es mir ehrlich gesagt. Das ist auch eher kein schönes Trikot. Jumbo Wismar ist gut. Das ist ein klassisches Trikot. Kann man tragen. Ist jetzt nicht ein absolut geiles Trikot. Kann man tragen. Gefällt mir. Was ist das? Das ist glaube ich... Ist das... Hier, mir fällt der Name nicht ein. Auch ein Zweitdivisionär. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber egal. Das ist einfach langweilig. Es reicht nicht, um in Grauenhaft zu kommen. Aber es gefällt mir nicht. Anziehen würde ich es glaube ich nicht. Gleiches gilt für Total Energy. Da haben wir wieder so komische Farbverläufe. Super bunt. Mit dem Sponsor würde ich auch nicht rumfahren wollen. Ne. Möchte ich nicht haben. Tracksäger Fredo. Klassisch. Weiß-Rot. Schriftzug passt. Finde ich... Ehrlich gesagt ist in Ordnung. Das würde ich sogar tragen. Gleiches gilt für UI. Das ist ja super ähnlich. Würde ich auch tragen. Finde ich klassisch. Finde ich schön. Gibt es nichts gegen zu meckern. Und UNO-X. Tatsächlich würde ich auch sagen. Würde ich tragen. Das ist eine Farbkombi, die wir sonst nicht haben. Sponsor passt gut rein. Ist nicht aufdringlich. Farbenfroh. Gefällt mir ganz gut. Ja, ich bin damit zufrieden. EF und Movistar ganz oben. Danach haben wir viele Trikots, die ich auch tragen würde. Aber auch sehr viele, die ich nicht tragen würde. Und wir haben ein paar, die einfach eine absolute Katastrophe sind. Überraschenderweise nur zwei aus der World Tour. Nämlich Archie Döse und Intermarché Wendigo Bär. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Trikots ranken würdet. Würde mich sehr freuen, da den ein oder anderen Kommentar zu bekommen. Ansonsten schalte ich wieder ein. Das heißt Sleven streamed Sport.